Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Funktion er ist. Ich bin demnächst bei ihm eingeladen. Aber, das heißt, es gibt keine Grenzen. Das praktale Management ist ja kein vertikales System von Befehl und Gehorsam, sondern ist eine Vereinigung rund um bestimmte Zielsetzungen und Werte. Und die werden ja nicht in Frage gestellt. Das schließt nicht aus, dass man gelenklich etwas Falsches macht. Aber das ist die Menschlichkeit so eines Prozesses. Aber in Wirklichkeit ist jeder eingeladen. Also so verstehe ich das. Jeder hat Chance und Verantwortung zu begreifen, zu handeln und die Zukunft mitzugestalten. Danke.